Musik Sissi Voss prangert an. Das Ende der Pause naht. Sind Sie in Form bis zum 20. Juli? Meine Empfehlung? Seilspringen! Sie brauchen nur ein Seil. Nur ein Seil! Oder so. Und dann springen Sie. Springen Sie. Oder so. Nee, so wird das nicht. Ich mach das anders. Schneller. Genauer. Und gründlicher. Besser. Und schöner. Der Fehler war, die Farbe des Seils. Denn es ist von grundlegender Wichtigkeit, dass die Farbe des Seils zu der des Zylinders passt. Und los geht's. Wir sehen uns. am 20. Juli auf der Festung Königstein. Hoffentlich.